Herr Präsident, meine Damen und Herren, so wird es natürlich auch eine sehr interessante Debatte, wenn man nur die Opposition reden lässt. Meine letzte Rede zu diesem Thema am 27.11. vergangenen Jahres habe ich mit dem Satz begonnen, Berlin hat Probleme in der Innenstadt. Welche Probleme es gibt, haben wir heute in der Aktuellen Stunde schon gehört. Es soll, so zumindestens Herr Evers, vorhin auch darüber gesprochen hat, ein Miteinander geben in der Bürgerstadt Berlin. Aber Berlin ist nicht nur eine Bürgerstadt, sondern auch Heimstadt vieler Tiere in Abhängigkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Meine Damen und Herren, der Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz und Geschäftsordnung empfiehlt dem Plenum heute die Ablehnung des Antrags Verbot von Ständerhaltung von Pferden in Berlin. Den Namen Tierschutz trägt er nicht in seinem Namen. Trotzdem wird es erst einmal die Empfehlung gegeben. Wir haben in verschiedenen Diskussionen feststellen müssen, dass wichtige Aspekte in den im April 2009 veröffentlichten und von anderen Städten auch beispielhaften Berliner Leitlinien zu diesem Zeitpunkt zumindest, also Leitlinien für Pferdekutschwerke aus heutiger Sicht und mit den vorliegenden Erfahrungen, bei deren Umsetzung unzureichend berücksichtigt sind. Die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 9. Juni 2009, also zwei Monate später, enthält beispielsweise schon die wichtige Feststellung, die dauerhafte Anbindehaltung in Klammern Ständerhaltung von Pferden ist tierschutzwidrig. Wäre es für den Ausschuss unzumutbar gewesen, sich die Erfahrungen zur Umsetzung der Leitlinien in Berlin in einer Anhörung berichten zu lassen und auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel auch Brandenburg, hinzuzunehmen? Ich denke, hier wurde aus welchen Gründen auch immer eine tierisch gute Möglichkeit für den Tierschutz vertan. Meine Damen und Herren, zusammenfassend können wir vermerken, die heutige Ablehnung des Antrags, ohne dass die Koalition einen besseren Antrag eingebracht hat, ist kein gutes Zeichen für eine tierfreundliche, verantwortungsvolle Stadt. Auch die Koalition mit der von ihr im Ausschuss schon vorgebrachten Position, dass eine Überarbeitung der Berliner Leitlinien erforderlich ist, sollte sich nicht aus der Verantwortung stehlen und beispielsweise für bezirksübergreifende und handhabbare Regelungen zu Erholungsräumen und eben auch zu Pausenzeiten für die in Berlin tätigen Pferden eintreten. Die Pferde haben diese Regelung verdient. Deshalb stimmen wir als Linksfraktion dem Ursprungsantrag heute auch zu. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus